Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Donnerstag, dem 11. August 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily, 1231 oder sind es schon 32? Es sind schon viele. Die heutigen Themen sind Geschäftsübernahmen, sind Goldman Sachs, sind Spotify, sind Samsung, sind OneMove und Tesla Semi-Truck sowie RCS. Obwohl mich letztlich irgendwie an eine Wiederholung erinnert. Irgendwie zumindest dezent. Aber kommen wir der Reihe nach. Zuerst, Bloomberg hat etwas erfahren aus der Welt von der Apple-Kreditkarte, die Apple in Zusammenarbeit mit Goldman Sachs auferlegt. Die gibt es vor allem in der digitalen Form, aber auch in der physischen, je nachdem, wenn man möchte. Und da soll es zu Problemen geben. Und zwar zu Problemen soll es kommen, weil die Karte so stark gefragt ist. So viele Kunden die Karte möchten und so viele Kunden dann auch natürlich das eine oder andere Problemchen haben und dann so viele Kunden in der einen oder anderen Warteschlaufe sitzen. Das ist unschön. Das ist nicht unbedingt Apple-typisch. Es gab ja immer schon die Gerüchte, dass Apple irgendwann selber mal in die Richtung was tun möchte. Und dazu bräuchte es grundsätzlich nicht viel. Man könnte ja eine Bank übernehmen, dann hätte man eine Bankenlizenz, wenn das durchgewunken wird. Aber das ist natürlich nichts, was man einfach so über den Haufen schmeisst und macht. Wir werden sehen, wie es weitergeht, ob da die Goldman Sachs Company auf eine schnelle Lösung kommt mit vielleicht ein bisschen Technologie, mit ein bisschen automatisierten Abläufen etc. das Ganze ein bisschen Einhalt bieten kann. Ich bin sehr gespannt und werde das auf jeden Fall für euch weiter verfolgen. Dann geht es weiter mit Spotify. War das das nächste Thema? Ach nee, die Geschäftsübernahmen waren da ja noch vorab. Genau, bei Apple sollen die anscheinend ein bisschen zurückgeschraubt worden. Apple hat in den letzten Jahren nicht unbedingt damit geglänzt wie andere Firmen mit riesengrossen Übernahmen, die dann teilweise schwierig waren und oder sich verzögert haben oder sogar gar nicht zustande gekommen sind wegen Intervention von einzelnen Staaten oder Staaten verbunden. Und Apple hat vor allem da ganz kleine Startups eingekauft, die dann auch selbstständig weiterarbeiten lassen und das Ganze dann in ihre eigenen Technologien, in ihre eigenen Dienste einfließen lassen. Als gute Beispiele dienen da Siri, Face ID etc. Das ist ja alles von externen Einkäufen dann schlussendlich gekommen. Wo aber Apple fleissig am Investieren ist, ist im Bereich Apple TV, Apple TV Plus, sprich Sport-Streaming-Dienstrechte, die sie sich erkaufen, aber auch eigene Filme und Serien, die sie sich da erschaffen und zwar Prestigeträchtige, die dann auch über bisher 950 Nominierungen erhalten haben und über 200 Preise abgeräumt haben. Also Apple hat da schon vieles abholen können, durch den in Anführungs- und Schlusszeichen mit anderen Streaming-Diensten verglichenen eher kleinen Umfang, aber sehr schönen Umfang. Ich habe gerade erst, ich glaube in der letzten Episode davon gesprochen. Mir gefällt zum Beispiel aktuell Lack so extrem gut, habe das mit meinen Töchtern geschaut und wir werden uns den Film auf jeden Fall nochmals anschauen. Und auch das eine oder andere, was nächstens als Neues kommt, da freue ich mich schon drauf. Dann gibt es Neuigkeiten von der Spotify-Front und nein, sie geben nicht das Podcast-Geschäft auf und nein, sie bringen nicht einen eigenen Podcatcher auf den Markt, damit man anständiger und besser Podcasts hören kann. Aber die haben bemerkt, dass das Ganze zu vermischen nicht unbedingt zu einer besseren Experience führt. Deshalb kommt mit einem der nächsten Updates dann auch ein getrennter Feed für Musik und Podcasts. Da kann man sich eben neue Podcasts anschauen und oder neue Musik anschauen. Empfehlenswerte Musik, die auf dem Grund des Algorithmus für einen passen. Wo kommt das? Ja, das kommt aktuell für Android-User ausgespielt. Langsam aber sicher, nicht global. Ich habe zwar gerade gestern ein neues Update von Spotify erhalten, da ist es aber noch nicht drin. Das wird serverseitig dann ausgerollt. Und wie immer halt zuerst USA und dann andere Länder etc. Und dann kommen die iOS-Nutzer hinten nach und dann die Desktop-Nutzer. Da soll es schlussendlich auch Einzug erhalten. Ich bin ja mal sehr gespannt. Einen kleinen Vorgeschmack habe ich zumindest in der Android-Version gesehen, als ich oben rechts auf diese Bell gedrückt habe, also die Notification. Und wenn ich nämlich da draufklicke, kann ich dann sagen, neue Musik oder Podcast-Shows oder Merch und Event. Und das ist gleich eine Neuigkeit, die gerade jetzt beim Aufnehmen vom Podcast mit reingespielt ist oder mir reingespült hat. Spotify ist jetzt auch am Verticken von Konzerttickets interessiert. Das wurde schon länger gemunkelt. Jetzt ist es aber so, in den USA haben sie gestartet mit kleinen Konzerten, kleinen Möglichkeiten. Und ich denke, da wird schnell mal noch deutlich mehr passieren. Da bin ich sehr gespannt, was das dann für einen Einfluss auf die ganzen Verkaufsportale für eben sogenannte Tickets haben wird. Weiter geht es mit OneMove. Die haben ein neues Modell vorgestellt. Eine limitierte Sonderedition des bestehenden OneMove S3. Und zwar die OneMove S3 Aluminium Edition. Das kann zum einen eben Optik anders, wegen Aluminium, Gebürstet etc. Und es unterstützt das Apple-Wo-Ist-Netzwerk von Haus aus. Das heisst, ihr müsst euch da nicht irgendwelche Apple Home, wie heissen die Dinger schon wieder, Apple AirTags ranmechen. Ne, das Ganze funktioniert direkt vom Fahrgerät, vom Fahrrad her. Und ja, auch sonst hat es noch ein paar spezielle Geschichten rundherum. Kommt ab irgendwie 2698 Währungseinheiten in der limitierten Version per 19. glaube ich, nee 18. August auf den Markt. Wer also will, schnell zuschlagen. Auch schnell oder bald zuschlagen kann man beim S-Tesla Semi-Truck. Das war ja der Lastwagen, der Elon Musk vor ein paar Jahren mal vorgestellt hat und den sie eigentlich schon Ende 2021 haben produzieren lassen wollen, wie der Cybertruck. Da gibt es jetzt Neuigkeiten. Vor kurzem hiess es ja schon, dass der Cybertruck ab Sommer des nächsten Jahres kommt. Jetzt wissen wir, der Semi-Truck, also eben der Lastwagen, der zwischen etwas um die 800 Kilometer Reichweite hat, der kommt per diesem Jahr noch online. Also die ersten Modelle sollen noch in diesem Jahr ausgeliefert werden. Schöne Neuigkeiten. Ich bin schon mal gespannt, wo meine Tesla-Aktie jetzt gerade hinhüpft, nachdem das Ganze bekannt wurde. Wir werden es sehen. Und zu guter Letzt nochmals RCS. Das ist ja der vermeintliche Nachfolger vom SMS oder besser gesagt MMS, SMS, all dem, was eben nicht über WhatsApp und all die anderen Signal etc. Chats basiert, sondern eben auf Basis, wie man es früher von SMS kannte. Da haben ja nicht nur die Hersteller, sondern vor allem auch die Provider dieser Welt total versagt und das nie auf die Kette bekommen. Google hat das dann irgendwann übernommen und ich dachte, ich hätte das in der Daily schon mal erklärt oder darüber gesprochen, irgendwann im Frühjahr oder Anfang des Sommers. Ja, es ist so, die News ist wieder rumgekraxelt. Google will aktuell mit allen Möglichkeiten Apple dazu versuchen, anzutreten, da mit beizutreten und das Ganze auch mit einzubauen und zu entwickeln. Aber da das Ganze natürlich auf Unterbau eines Google-Dienstes oder mit Googles Hilfe hochgetrieben wurde, kann ich mir das sehr schlecht vorstellen, dass Apple das so mit einbindet. Ich bin aber dennoch gespannt, wie das funktionieren wird, weil gerade erst vor wenigen Tagen habe ich von meinem Provider, der Swisscom, eine SMS erhalten, dass die MMS, welche ich gerade verschickt habe, nicht mehr lange so verschickt werden kann in der Art und Weise wie ich es tue und habe mir angezeigt, dass ich doch alternative Messenger nutzen soll. Hintergrund der Geschichte, die Swisscom, ich bin nicht mehr ganz sicher, Hashtag Halbwissen schaltet die MMS-Unterstützung auf Anfang des nächsten Jahres, glaube ich, irgendwann mal ab. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das Ganze dann wird und was da Apple dazu sagt und was schlussendlich damit dann auch passiert. Das war es mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Und oh, ja, fast vergessen habe ich es. Gestern hat Samsung ja noch ein paar neue Geräte vorgestellt. Und wenn mein Mail-Programm jetzt genauso schnell ist, wie mein Hirn denkt, kann ich euch da auch noch ein bisschen was sagen. Ja, was hat es gegeben? Das Samsung Galaxy Z Flip 4. Die ersten Erfahrungen gibt es ja schon im Netz. Neben dem Z Fold 4 wurden auch die Galaxy Buds 2 Pro vorgestellt und die Samsung Galaxy Watch 5, also die neue Serie der Smartwatches aus dem Hause Samsung und so weiter und so fort. Auch ein Fold 4 wurde vorgestellt, also einiges und neue Produkte. Mal schauen, ob wir da auch nächstes Mal einen Blick drauf werfen und oder ob wir es wieder wie im letzten Jahr auslassen. Wir werden es sehen. Die Zeit wird es zeigen. Euch noch einen schönen und erfolgreichen Tag. Und ja, wenn ihr mögt, wir hören uns bald schon wieder. Hier in diesem Kanal oder sonst wo in diesem schönen Internet da draussen. Bis bald, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.